Ich bin gerne Steuerberater im Rhein-Lahn-Kreis, weil die Region Rhein-Lahn, besonders aber unser Kanzleistandort in Dietz, aufgrund ihrer geografischen Lage auch eine überörtliche Zusammenarbeit mit angrenzenden Regionen ermöglicht. Die Wirtschaft im Rhein-Lahn-Kreis ist lebendig und kreativ. Viele Klein- und Mittelbetriebe mit erheblichem Potenzial. Last but not least bietet unser Kreis den Menschen hier eine gute Lebens- und Wohnqualität.